Was ist denn der Vorteil von diesem Job? Was hat man für Vorteile, die man in einem anderen Beruf nicht oder eher sehr schwer vorfindet? Also meiner Meinung nach ist der Vorteil der, dass es extrem abwechslungsreich ist. Man hat nie dasselbe, man hat das mit unterschiedlichen Immobilien zum einen zu tun, mit unterschiedlichen Menschen natürlich. Ich liebe die Zusammenarbeit mit den Menschen. Und was noch ein sehr großer Vorteil ist, ist der, dass man vorwiegend eigentlich die Zeit selber einteilen kann. Und somit auch einen schönen Tag, wie er heute ist, die Zeit für sich selber einteilen kann. Und ja, das sehe ich als die großen Vorteile von diesem Beruf.